So, willkommen zurück. Wir sind wieder im Gericht. Wir marschieren jetzt gleich mal zu der Empfangsdame. Servus. So, das ist klar. Ich schätze, da finde ich eine Verkleidung drin. Flirten wir voll rum. Kultivierter Scham, jo 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 jo. Okay. Ich schaue mal kurz noch da rein, nach den Hinweisen. Was? Da hinten drin ist ein Hinweis. Da hinten drin und da hinten drin, aber da komme ich nicht rein. Ich habe die Dokumente gesehen. Es ist alles in schwarz-weiß. Auf Englisch, Französisch, Chinesisch und Tex-Mex. Fand ich... Okay, okay, okay. Gucken wir, ob die immer noch flirten oder ob jetzt weggegangen ist. Fertig? Gucken mich beides an. Genau, geh weiter. Das ist eine Vase, die kann ich mitnehmen. Coole Sache. Okay, probieren wir es mal. Oh Gott. Shit. Geh nochmal raus. Der steht da hinten und sieht mich halt voll. Gleich komme ich doch irgendwie anders rein. Das ist der gleiche Raum, ja, okay. Da komme ich nicht rein, weil ich keine Karte habe. Okay, vielleicht muss ich mir irgendwo eine Karte erst besorgen. Schön, Sie zu sehen. Alles in Ordnung? Jetzt könnte ich versuchen. Jetzt muss ich aber schnell sein. Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube es nicht. Oh, fuck. Sicherheitskarte, perfekt. Was war das? Schlagstock. Okay. So, so weit, so gut. Was war hier drin? Schauen wir mal kurz rein. Nichts wichsiges, ja. Nichts wichtiges. Ich meine, ich könnte mir so eine Uniform holen. Das Problem ist hier drin als Polizist rumzulaufen. Erleichtert die Sache wahrscheinlich nicht, weil ich dann von jedem doof angeglotzt werde. Hinten wir mal die Toiletten. Ich schaue jetzt nochmal kurz hoch. Irgendwie muss ich ja da reinkommen. Die Bibliothek. Vielleicht hilft mir das irgendwie weiter. Darf ich auch nicht rein. Geht's auch zur Bibliothek? Was ist das? Ein Buch? Okay, das bringt mir auch nichts. Na, schau wir mal. Kann ich in den Gerichtssaal, aber oben? Ich bräuchte, müsste mich irgendwie als Anwalt oder so verkleiden. Als Polizist ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Weil hier laufen so viele Polizisten rum, komme ich keine fünf Meter weit. Das sind auch nur Polizisten, so wie das aussieht. Das Beste wäre immer noch die Verkleidung als Richter. Hier hinten war auch nichts Besonderes. Wie geht's Ihnen, Sir? Schön, Sie zu sehen. Hm. Schwierig. Das war das Zimmer. Konnte ich da raus? Oder wo war das? Ich konnte auch irgendwo raus. Nee, hier war es nicht. Wo war denn das? Das war doch irgendwo... War das nicht da hinten irgendwo? Ich bin verwirrt. Ah ja, da war es genau. Nicht. Exakt. Was würde ich jetzt für eine Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert hier nichts. Ach, das sieht mein Anwalt aber ganz anders. Ich... Ich hab geschickt... Schauen wir mal da rein. Der soll knallhart sein. Nee, der ist doch... Hey, harter, was hier, weißt du? Ich freue einfach nicht schon... Es sind überall nur Polizisten. Ähm... Ich will mich aber nicht als Polizist verkleiden. Ich kann versuchen, jetzt hier reinzuschleichen. Warum, was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder so? Ist das für ein geheimes Regierungslabor? Äh, äh, sagen Sie nichts? Ein albtraumhafter Folterkeller, in dem Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Hm. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist... Nein, ich meine... So, jetzt schauen wir doch mal. Scheiße, die Chance hätte ich nicht nutzen sollen. Sir, hier ist Zutritt verboten. Okay, aber so komme ich hier rein. Okay, nochmal. Also ich hole mir die Sicherheitskarte und dann gehe ich da runter. Ich glaube, das ist der beste Weg. Wo waren wir? Ich würde ja am liebsten hier durchmarschieren, aber... Also, halt erst die Sicherheitskarte. Jetzt flirten die wahrscheinlich wieder fünf Stunden. Gehst du also mit den anderen Mädels zur Girlsmart nächste Woche? Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, so was ist... Ich bin nicht... Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding, weißt du? Hey, du musst dich doch von mir nicht rechtfertigen. Mein Ding ist das... Ich kann die Vase gerade nicht aufnehmen. Du bist witzig, Bill. Ich meine... Nein, ich meine, du bist süß. Oh Gott. Lass dich von meinem kultivierten Scham nicht täuschen, Jolene. Das könnte ich gehen, aber... Das weiß ich doch, sonst fände ich dich nicht so interessant. Du findest mich also interessant. Drehst du allen Mädchen jedes Wort im Mund herum? Nur wenn mich das Mädchen interessiert. Dann muss ich wohl mit zum Mädelsabend gehen, nachdem ich kein interessanter Mann zu einem romantischen Abend eingeladen hat. Wann soll ich dich abholen? Punkt 7 Uhr, und zie dir was Schönes ab. Du führst mich ins La Brea's und Checkway aus. Wahnsinn. So. Ich bleib einfach hier und starre dich noch eine Weile an, Jolene. Hab die nächsten 30, 40 Jahre ohnehin noch nichts vor. Komm, jetzt ist es mal wieder gut hier. Das Geschleime. Alles klar. Jetzt steht da hinten der Typ an der Tür. Jetzt geht er wieder. Jetzt müsste die alte auch mal abhauen. Komm schon. Dreh dich um. Alles klar. Jetzt schnell. Ich brauche eine Knarre. Soll ich mir die Knarre schon schnell holen? Ich probiere es. Das war so klar. So, jetzt aber. Diesmal schaffe ich es, versprochen. Lassen wir die mal eine Runde flirten. Ich würde ja die Vase nehmen und irgendwo hinwerfen, damit sie aufhören zu flirten. Gehen wir also mit den anderen Mädels zur Girls Night nächste Woche? Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin nicht... Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding, weißt du? Mein Ding ist das auch nicht. Nein. Wir halten Sie zurück, okay? Ach, dafür wurde ich nicht aufgezählt. Ist das da draußen hier, Mann? Nein, 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 nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, okay, dann warte ich halt. So funktioniert's auch nicht. Ich hab übrigens gesehen, vier Aufträge gibt's noch insgesamt. Also doch noch ein bisschen. 20 Aufträge sind's insgesamt anscheinend. Gott sei Dank, ich dachte, das ist so gut wie vorbei. Aber vier Aufträge ist ja noch ein bisschen. Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin nicht... Das ist nicht... Ich kann mir dieses Geflirte nicht mehr anhören. Ich hab kein Gesetz gebrochen. Die Karre war offen, der Schlüssel steckte, also hat sie mir ausgeliefert. Da komm ich nicht durch, weil die gucken beide zur Tür die ganze Zeit. Dann kann mich das Gericht eben mal... Das war kein Diebstahl. Da komm ich so nicht rein. Ja, liegt da was, oder? Schau mal kurz rein. Oh, ne, jetzt nicht in dem Raum. Oh, das ist ne Vase. Ich glaub ich in die Vase. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Na, ich nehm Feuerlöscher, noch besser. So, jetzt müsst ihr auch mal fertig sein mit Flirten. Und sie nicht. Es ist nicht illegal, ein Auto auf der Straße stehen zu sehen. Ich bleib einfach hier und starte mich noch ne Weile an. Oh, Gott. Hab die nächsten 30, 40 Jahre ohnehin noch nichts vor. So, jetzt gleich. Und der marschiert. Jetzt müssen wir auf das Ziel noch warten. Okay, los geht's. Einmal. Und zweimal. Und tschüss. Sauber. So. Da lang, genau. Ich vergesse immer, wo ich rauskomme. Irgendwie. Warum auch immer. Ich hoffe, dass ich mich später als Richter verkleiden kann. Das muss sein. Oh, fuck. So, schauen wir mal. Okay, der guckt grad nicht her, also von daher versuch ich's mal. Oh nein, der da hinten guckt aber her. Wenn die Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Da kommen Sie, Sie können es mir sagen. Ja. Machen Sie jetzt nichts, Dummes. Verschwinden Sie. Das war scheiße knapp. Aber so weit, so gut. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ich muss nur warten, bis die zwei mich vorbeilassen. Gucken, wo der hin marschiert. Genau, da wollte ich eigentlich lang. Die zwei da hinten um die Ecke stehen eh mit dem Rücken zu mir, von daher ist es kein Problem. Schau mal. Schauen wir mal die Patrouille an. Der geht jetzt wieder da lang. Hm, okay. Also wenn er da steht, hab ich keine Chance. Jetzt kommt der wieder zurück. Jetzt kommt er wieder her. Dann müsste es ja funktionieren gleich. Bis jetzt. Vielen Dank.